Auf die nächsten beiden Episoden der Playlist freue ich mich besonders. Zwei wunderbare neue Rechenoperationen, ohne die Computerspiele, 3D-Simulationen und physikalische Berechnungen nur schwer umzusetzen sind. Heute steigen wir in das Skalarprodukt zweier Vektoren ein, dessen rechnerischer Anteil ehrlich gesagt ein ziemlicher Klacks ist. Einmal gesehen und gleich verstanden. Von besonderer Bedeutung ist aber die geometrische Interpretation dieser neuen Rechenoperation. Sie erklärt, warum das Skalarprodukt in diesen Computerspielen und all den anderen Anwendungen immer wieder gebraucht wird. In diesem Video geht es aber erstmal nur um das Berechnen von Skalarprodukten. Die wirklich beeindruckende Geometrie dahinter, die gucken wir uns im nächsten Video an. Um die neue Rechenoperation besser zu verstehen, müssen wir nochmal zurück auf die letzten Episoden blicken. Mittlerweile bist du in der Lage, Vektoren mit einem Skalar, einer Zahl zu multiplizieren. Diese skalare Multiplikation sorgt dafür, dass sich die Länge eines Vektors ändert. Der Vektor kann gestreckt oder gestaucht werden und er kann zusätzlich seine Richtung umkehren, wenn der Skalar negativ ist. Rein rechnerisch wird der Skalar einfach in jede Komponente des Vektors hinein multipliziert. Auch die vektorielle Addition beherrschst du bereits. Zwei Vektoren zu addieren heißt geometrisch, den zweiten Vektor in Rot ans Ende des ersten Vektors zu verschieben. Vom Start bis zum Endpunkt erhältst du dann den sogenannten Summenvektor. Intuitiv ist damit bei beiden Rechenoperationen sofort klar, am Ende entsteht jeweils wieder ein Vektor. Heute werden wir erstmals zwei Vektoren miteinander multiplizieren. Und den ersten Hinweis, den haue ich gleich mal in die Runde. Die Vektormultiplikation funktioniert gerade nicht so, dass man in jeder Komponente einfach die Koordinaten beider Vektoren miteinander multipliziert. Ganz so einfach wie bei den bisherigen Operationen wird es also nicht. Tatsächlich müssen wir zuallererst eine Fallunterscheidung vornehmen. Zunächst müssen wir uns über das Ergebnis dieser Vektormultiplikation Gedanken machen. Denn dort gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder das Ergebnis ist eine reelle Zahl. Oder aber, wenn du zwei Vektoren miteinander multiplizierst, wird wieder ein Vektor entstehen. Beides gibt es tatsächlich und für beide Varianten gibt es einen eigenen Namen. Die Vektormultiplikation mit der Zahl als Ergebnis, die bezeichnet man als Skalarprodukt, Inhalt des heutigen Videos. Jene, bei der ein Vektor entsteht, wird als Kreuzprodukt bezeichnet. Und schauen wir uns erst in Episode 5 genauer an. Zur Unterscheidung beider verwendet man verschiedene Rechensymbole. Beim Skalarprodukt ist es ein einfacher Punkt, beim Kreuzprodukt, wie es der Name verrät, ein Kreuz. Rechnerisch musst du damit beim Skalarprodukt also die Koordinaten beider Vektoren irgendwie miteinander verknüpfen, sodass am Ende eine Zahl entsteht. Hier im Beispiel die Zahl 1. Beim Kreuzprodukt hingegen muss in jeder Komponente des entstehenden Vektors eine eigene Zahl entstehen. Du brauchst daher auch für jede Komponente eine eigene Rechnung. Wie genau nun diese Rechenvorschriften in beiden Fällen aussehen, ist nicht willkürlich, sondern dem geschuldet, was das jeweilige Ergebnis am Ende für eine geometrische Bedeutung haben soll. Denn hinter all diesen Ergebnissen, hinter der 1 und dem Vektor 4-5-6, verbergen sich ein paar wundervolle Eigenschaften. Dazu in den nächsten Videos mehr. Erinnerst du dich daran, als ich vorhin sagte, dass man nicht einfach nur die Koordinaten beider Vektoren miteinander multiplizieren darf und als neue Komponenten in einen Vektor schreiben darf? Das mit dieser komponentenweisen Multiplikation, das ist gar nicht so falsch. Die drei Ergebnisse, die du da erhältst, die musst du nur noch addieren und fertig ist das Skalarprodukt beider Vektoren. Nochmal langsam. Zuerst bildest du das Produkt der beiden x-Komponenten, also 1 mal 3 und addierst dazu das Produkt der y-Komponenten, 2 mal 0. In der z-Komponente ganz genauso. Du addierst also noch einmal minus 1 mal 2 hinzu und rechnest dann alles schrittweise aus. Das erste Produkt ergibt 3, das zweite 0 und das dritte schließlich minus 2. Alles zusammen addiert ergibt 1, eine Zahl, keinen Vektor. Beim Skalarprodukt werden also doch die Komponenten beider Vektoren miteinander multipliziert. Nur, dass du anschließend die Produkte noch einmal zusammen addierst. Du erhältst eine Zahl. Machen wir das nochmal am zweiten Beispiel mit den Vektoren 4, minus 3, 1 und minus 2, minus 1, 2. Das Produkt der x-Komponenten plus das Produkt der y-Komponenten plus das Produkt der z-Komponenten. Ersteres ergibt minus 8, das Produkt in der Mitte 3 und letzteres 2. Alles zusammen addiert und du erhältst als Skalarprodukt dieser beiden Vektoren die reelle Zahl minus 3. Damit ergeben sich drei verschiedene Szenarien. Das Bilden des Skalarproduktes zweier Vektoren liefert dir entweder eine Zahl, die größer als 0 ist, zum Beispiel plus 4 oder plus 1, so wie wir es im ersten Rechenbeispiel gesehen haben. Oder du landest genau auf der anderen Seite der Zahlengeraden, wenn das Skalarprodukt eine negative Zahl ergibt. Im zweiten Beispiel kamen wir auf minus 3. Selbstverständlich kann das Skalarprodukt zweier Vektoren aber auch mal den Wert 0 annehmen. Eine Eigenschaft, die du wirklich, unglaublich häufig noch benutzen wirst. Jeder der drei Fälle schreibt seine eigene Geschichte, besitzt seine eigene geometrische Bedeutung. Und wenn du ein Gefühl dafür bekommen möchtest, was diese positiven und negativen Zahlen oder die 0 als Ergebnis genau aussagen, dann empfehle ich dir ganz dringend, einen Blick ins nächste Video zu wagen. Da zeige ich dir, welche Bedeutung dem Vorzeichen des Skalarproduktes zukommt und was sich aus der Zahl an sich für Informationen gewinnen lassen. Es ist wahrscheinlich eines der schönsten Videos aus der gesamten Playlist. Zum Abschluss geht's nochmal fix auf eine kleine Entdeckungstour. Was passiert eigentlich, wenn man das Skalarprodukt eines Vektors mit sich selbst bildet? Sicherlich wird man wieder die Komponenten miteinander multiplizieren und anschließend alle Produkte addieren. Vielleicht kommst du auch auf die Idee, die Produkte als Quadrate zu schreiben, bevor du dann das Ergebnis ausrechnest. Aber um dieses Ergebnis, um das soll es jetzt gar nicht gehen. Diese Summe aus den Quadraten der Koordinaten ist dir in der analytischen Geometrie bereits bei der Länge eines Vektors über den Weg gelaufen. Da musste man auch das Quadrat jeder Koordinate bilden und alles zusammen addieren. Fehlt aber noch eine Sache, die Wurzel aus dem Ganzen. Nichtsdestotrotz, das Skalarprodukt eines Vektors mit sich selbst ergibt das Quadrat seiner Länge. Super einfacher, cooler Zusammenhang. Aber auch hier gilt erneut, wenn du wirklich verstehen möchtest, warum diese neue Rechenoperation jetzt plötzlich irgendetwas mit der Länge des Vektors zu tun haben soll, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.